Geld? Was ist denn Geld? Geld ist eine Fantasie. Sie glauben, dass sie für das Papier, das bedruckt ist und in ihrem Portemonnaie schlummert, morgen noch Brötchen kaufen können. Ja, der Glaube ist schön. Kann aber auch sein, dass der Bäcker ist. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ......